Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige. NZZ Akzent Mit Mitte 20 fängt man eigentlich nicht mehr an zu rauchen. Die meisten fangen nämlich früher an. Als Erwachsener kriegt man mit Mitte 20 oder später dann die Folgen zu spüren und die können relativ ätzend sein. Raffaela, weißt du, wann du das erste Mal so die Folgen vom langen Rauchen gespürt hast? Um ganz ehrlich zu sein, haben mich dann als erstes die ästhetischen Folgen am meisten gestört. Nämlich die fahle Haut, die gelben Zähne. Das war das, was man sieht und dann, was man riecht. Dieser Geruch, der begleitet einen ständig. Irgendwann habe ich es gemerkt, es geht nicht mehr. Mit 35 Jahren will unsere Reporterin Raffaela Roth endlich aufhören zu rauchen. Dieses Mal wirklich. Ihr Versuch zeigt, wie sehr unsere Gesellschaft immer noch am Nikotin hängt. Ich bin Sven Präger. Raffaela, unbequeme Frage zum Start. Wie viel hast du geraucht? Ich war als eine Vielraucherin bekannt im ganzen Freundeskreis. Ich glaube, am Schluss waren es so vielleicht ein Packli. 20 Stück sind da drin. 20 Stück pro Tag. Okay. Und natürlich aber am Wochenende, wenn man dann weg war oder feiern war, dann war es noch mehr gelegentlich. Das heißt, das war die Hauptsituation? Also Wochenende beim Feiern oder wo hast du wie geraucht? Nee, ich habe ständig, überall und immer geraucht. Ich habe auch, und das ist ja das Verrückte, man reguliert Emotionen durch das Rauchen. Man raucht, wenn man wütend ist, wenn man gestresst ist, wenn man glücklich ist, wenn man eben feiern will. Und ich habe auch während dem Schreiben geraucht, was für mich als Reporterin und Journalistin dann schwierig war, weil ich wirklich dachte, ich könnte dann besser schreiben. Aber hast du das Gefühl, wenn du das die ganze Zeit gemacht hast, es ist für dich eine Art ständiger Begleiter dann gewesen, über den man nicht mehr nachdenkt, der aber da sein muss oder was war das für dich? Ja, das war, man genießt es ja auch. Ich habe mich auch als Raucherin identifiziert. Ich fand mich auch toll dabei. Ich fand, ich sah gut aus. Ich fand, das war ein Lebensstil, der irgendwie zu mir gehört. Und ja, der war ständig überall dabei. Das war wie... Aber was ist das für ein Lebensstil? Ein weltfrauischer Lebensstil oder was ist das? Für mich besonders, insbesondere früher war es das eindeutig. Das war so wie ein Versprechen, in die Welt zu kommen, wegzukommen von da, wo ich aufgewachsen bin, alles zu werden, nur nicht brav. Das war wichtig. Wann war dir klar, dass du aufhören musst? Ich glaube, als ich mich das erste Mal lächerlich dabei fühlte. Das war in Italien, im Urlaub in Ligurien. Ich hatte damals bereits nicht mehr geraucht, aber ich war süchtig nach Snooze. Ist was? Das ist dieser Mundtabak. Das sind so kleine Säckchen, die man sich unter die Lippe steckt und bei der das Nikotin sehr schnell im Hirn landet. Und das hast du damals schon genommen? Davon war ich dann sehr abhängig, musste das auch immer höher dosieren, weil es auch die Wirkung verliert. Und dann braucht man mehr von diesem Snooze. Und da hatte ich keine mehr dabei. Und ich dachte mir dann, vielleicht wechsle ich dann auf Kaugummi für den Rest des Urlaubs. Oder ich schummele mich so durch. Und dann kam dieser eine Nachmittag, den ich wirklich nur und ausschließlich damit verbracht habe, in jeden Tabakwarenladen zu rennen, in jede Apotheke nach Nikotinkaugummi-Fragen zu gehen. Aber warum hat das nicht funktioniert? Weil die das nicht hatten? Und warum hast du dir da nicht einfach was anderes gekauft? Snoozeabag ist nur in der Schweiz, in diesem Ausland und in Schweden erlaubt an normalen Kiosken. In Italien ist das verboten. Und die Nikotinkaugummis hatten sie da nicht. Und wieder zur Zigarette zu greifen, war in dem Moment keine Alternative. Irgendwann habe ich dann wie gedacht, ich könnte ja vapen. Ich könnte ja jetzt einfach das ausprobieren. Und das war tatsächlich da, wo ich das erste Mal ausprobiert habe. So eine mit Erdbeer-Geschmack. Und tatsächlich, das hat geholfen. Der Nikotinentzug war sofort weg. Das heißt aber, du hast in dem Moment gemerkt, hast du vorhin so gesagt, das ist irgendwie lächerlich für dich. Und das war der Punkt zu sagen, jetzt muss ich doch aussteigen. Jetzt hat es irgendwie so eine Dimension erreicht, die nicht gut geht. Das war für mich so der ultimative Beweis vor mir selber, dass ich überhaupt nicht frei bin. Dass mich diese Substanz ein Stück weit im Griff hat. Und das ist natürlich ein ungutes Gefühl, weil man will sich selber im Griff haben und selber bestimmen. Jederzeit, was man zu sich nimmt und was man braucht und was nicht. Und dann hast du einfach aufgehört? Dann habe ich ziemlich einfach aufgehört. Das war aber schrecklich. Weil? Entzug. Entzug. Und für mich zumindest war das nicht so, dass das einfach drei Tage ein bisschen hart war. Sondern das war wie größer. Da fällt eine Gewohnheit weg, für die man keine Kompensation hat. Und das fiel dann auch, weil ich so spontan beschlossen habe, jetzt ist einfach Schluss, fiel dann sehr schnell von einem Tag auf den anderen weg. Und dann bin ich, ja, ich war unfassbar gestresst. Ich konnte mich schlecht konzentrieren. Hast du Entzugserscheinungen gespürt tatsächlich? Für mich war die Konzentrationsschwierigkeit, das war wirklich so das, was ich am meisten gemerkt habe. Und aber auch die Stressregulierung. Also ich wusste einfach nicht, was ich denn tun sollte, anstatt zu rauchen oder Nikotin zu konsumieren, weil ich war ja da beim Snooze-Tabak. Man macht zum Beispiel keine normalen Pausen. Man hat keinen normalen Pausenrhythmus, wie das andere Leute, die nicht rauchen, haben. Weil man raucht ja dann immer und dann ist das auch die Pause. Und das musste ich mir wie antrainieren. Ich musste wie merken, ach so, ich muss normalerweise Pause machen und dann gehe ich wieder zurück zum Tisch. Das musste ich lernen. Was hast du dann gemacht in diesen ersten Tagen? Du merkst, du brauchst eine neue Pausenroutine. Was hast du sonst gemacht? Ich habe wie so gemerkt, ich schaffe das nicht. Diese Entzugserscheinungen sind zu schlimm. Ich kann mich schlecht konzentrieren, ich kann nicht normal leisten. Ich habe dann gedacht, ich brauche irgendeine andere Lösung. Und ich wusste von einem Freund, der mit einem Medikament aufgehört hatte. Und als ich auf der Suche war nach diesem Medikament und wer mir das beschreiben könnte und wer mich da beraten könnte, dass ich dieses Medikament nehmen kann, bin ich auf die Rauchstopplinie gestoßen. Das ist was? Das ist eine Quitline, eine Hotline, die ist ganz gratis vom Bund finanziert. Also man kann da einfach anrufen. Die rufen einen zurück in regelmäßigen Abständen, begleiten einen eigentlich dann beim Entzug. Und diese nette Frau hat mich dann eben auf eine Therapie eingestellt, beziehungsweise auf eine Kombination aus Nikotinkaugummis und Nikotinpflaster, die dann einigermaßen gut funktioniert hat. Wir sind gleich zurück. Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwise begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen. Raphael, jetzt hast du 16 Jahre lang in etwa geraucht, dann hast du noch ein paar Jahre gesnust, dann hast du es versucht sozusagen loszulassen. Was hat dir wirklich geholfen, um es dann zu schaffen? So Sätze gesagt, an die ich mich danach immer wieder erinnert habe, an denen ich mich so festhalten konnte. Ein Satz war, Sie sind jemand, der das kann. Wie kommt die dann drauf? Ich hatte ja schon einmal aufgehört zu rauchen und dann wieder begonnen mit Snooze und daraus schloss sie, dass ich das kann. Also du hast es schon mal geschafft sozusagen loszulassen. Ergo sind da so ressourcenorientiert, würde man sagen, du kannst das. Genau. Und ich weiß, das hört sich sehr banal an, aber das war sehr, sehr wichtig für mich, dass mir jemand von außen gesagt hat, du kannst das und das ist machbar. Das war sehr wichtig. Dann war es auch wichtig, dass sie mir wie so gesagt hat, dass meine Synapsen bereits arbeiten für mich, dass ich jetzt gar nichts mehr tun muss, sondern dass diese Entwöhnung stattfindet, ohne dass ich was tue. Was du noch nicht merkst sozusagen. Genau. Jetzt bist du jemand, du kannst dich darum kümmern. Also du kannst diese Hotline finden, du kannst die Frau anrufen. Jetzt gibt es viele Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, lange rauchen, vielleicht davon loskommen wollen oder so. Das Problem ist ja nicht du individuell, das ist ja größer als du, oder? Ja, das sehe ich auch so. Und vor allem diese Entwöhnungsprodukte sind sehr, sehr teuer. Also eine Einmonatsdosis von diesen Pflastern kostet 100 Franken. Also das ist nicht so ganz, ohne es einfach so daneben auszugeben. Und der Vape-Konsum zieht bei den jungen Menschen gerade richtig an. Also die sind dann zwar nicht Raucherinnen und Raucher, aber sie sind genauso nikotinabhängig wie Raucherinnen und Raucher. Und das hält sich hartnäckig in der Schweiz. Das ist ja eigentlich komisch, weil die gesellschaftliche Entwicklung in anderen Ländern ist ja doch deutlich eher antirauchend, oder nicht? Also das hört sich so ein bisschen an, als ob es doch speziell Schweiz wäre. Ich glaube, man lässt die Tabakindustrie oder die Nikotinindustrie, wie man sie nennen müsste, einfach sehr eng an Gesetzen auch mitarbeiten in der Schweiz. Das kann man beispielsweise sehen, wie jetzt die Initiative umgesetzt wird, die ja Kinder und Jugendliche vor Tabakwerbung schützen sollte. Das war eine Volksinitiative, die man 2022 angenommen hat in der Schweiz, die jetzt dabei vom Ständerat wieder sehr stark abgeschwächt wurde in der Umsetzung, dass es beispielsweise möglich wäre, ein Juniorenfußballturnier zu sponsern und auch vor Ort präsent zu sein, aber keine Werbung da zu machen. Aber es ist trotzdem eine Heranführung sozusagen, sehr früh, ne? Absolut, es ist eine sehr frühe Heranführung. Und das ist halt auch etwas, das man statistisch gesehen weiß, dass nach 25 Jahren beginnt fast niemand mehr zu rauchen. Das heißt, irgendwie muss diese Industrie an junge Menschen herankommen. Und in der Schweiz gelingt es ihr immer noch. Jetzt hast du vorhin selbst gesagt, dass natürlich auch es viel mit Image zu tun hat, auch in deinem Fall. Also wie lange hast du gebraucht, um das gehen zu lassen, dieser Ablösungsprozess, dass du wirklich das Gefühl hattest, ah, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mich sicher fühle? Die körperlichen Nachwirkungen, die hören irgendwann auf. Was heißt denn irgendwann? Tage, Wochen, Monate? Ich würde jetzt sagen, der körperliche Entzug war für mich so nach zweieinhalb Monaten wirklich vorbei. Der psychologische, der dauerte aber, um ehrlich zu sein, dreiviertel Jahr, bis ich dann wirklich klarkam mit Stressmanagement ohne Zigarette, ohne Nikotin. Hat sich dein Selbstbild verändert dadurch auch? Also das Pausengestalten ist ja das eine, das kann man lernen im Sinne von, okay, ich muss Pausen machen, ich kann mir einen Wecker stellen, da muss ich mal in die frische Luft nicht dabei rauchen. Aber hat es sich darüber hinaus verändert? Vorhin war es so Status, soziale Aufwertung, das klang vorhin so mit. Es gab so eine Situation, wo ich mit langjährigen Freundinnen an einem Festival draußen saß am See und ich habe nicht geraucht und irgendwann nach einer Stunde ist es aus mir herausgeplatzt und ich habe gesagt, merkt ihr denn nicht, dass ich nicht rauche? Und denen ist das nicht einmal aufgefallen. Also das heißt, ich habe gedacht, das gehört stark zu meiner Identität und zu meinem Außenbild, aber man hat das nicht mal wahrgenommen, dass das ein Teil von mir ist und ich glaube, deswegen hat sich eigentlich mein Selbstbild nicht verändert durch das Aufhören. Jetzt ist das schon ein bisschen her, dass du diesen Punkt erreicht hast. Wenn du zurückschaust, würdest du sagen, es war einfach dann auszusteigen, mittel, schwer? Ich will eigentlich nicht unbedingt rumlaufen und sagen, es sei ganz einfach, weil ich es auch bei sehr vielen Leuten verstehe, weshalb man raucht und weshalb man immer noch raucht, obwohl man alle negativen Konsequenzen kennt. Aber ich möchte auch sagen, dass es machbar ist, weil das war für mich auch ganz wichtig zu erkennen, ich kann das und alle können das, man kann das. Das heißt, es braucht sowas wie jemand von außen, der einem vielleicht sagt, man kann das, also damit man so das Innere spüren hat. Man braucht vielleicht sowas wie, ja, Hotline hat so eine Außenunterstützung, also jemand, der einem vielleicht auch Struktur gibt, ich rufe dich regelmäßig an, ich schaffe so einen Rahmen, vielleicht auch jemanden, dem ich mich gegenüber rechtfertigen muss, wenn ich doch wieder rauche. Das hilft extrem, das hilft extrem, diese Kontrolle, dass jemand kontrolliert, ob man jetzt immer noch, und man will dann zeigen, dass man es auch kann und dass man es gemacht hat. Wie groß ist die Gefahr, dass du heute auf einer Party rückfällig werden würdest? Ein Zug vielleicht, aber dass ich wirklich wieder mit dem Rauchen anfange, das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht, du kannst einen Zug nehmen und dann gut sein lassen wieder? Könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen fertig mit dem Nikotin und ich habe keine Lust mehr auf diese Abhängigkeit. Und deswegen glaube ich, wieder regelmäßig mit dem Rauchen anzufangen, das liegt nicht drin. Raffaela Roth hat versucht, mit dem Rauchen aufzuhören und hat es auch tatsächlich geschafft, nachdem sie mehr als 15 Jahre lang geraucht hat. Wie es geklappt hat und was es dafür braucht, das hat sie uns erzählt. Raffaela, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Grosjean. Ich bin Sven Präger. Bis bald. Das war unser Akzent.